Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zur 15. Coding Challenge. Dieses Mal nicht nur die Coding Challenge, sondern eben auch das neue Challenge Interface. Ihr habt vielleicht mitbekommen, dass das alte Challenge Interface nicht ganz auf der Höhe ist. Das heißt, es funktioniert einfach nicht aktuell. Und ja, deswegen zeige ich euch heute, wie ihr das neue Challenge Interface, das über Discord funktioniert, benutzen könnt. Das ist im Endeffekt ein Discord-Bot. Gut, zunächst einmal zur Challenge. Also wir gehen jetzt quasi einfach mal euren Workflow sozusagen durch. Und zwar, was ihr macht, ist, ihr geht erstmal auf cc.them-morphos.de slash challenges slash 15 und habt dort ein, naja, ein gültiges JSON-Format und unter dem Keyword versteckt sich ein Satz oder vielleicht auch nur ein Wort, je nachdem. Und hier ist es so, das ist eventuell ein Palindrom. Ein Palindrom ist etwas, das ihr von vorne und von hinten gleich lesen könnt. Das heißt, ihr sagt hier Das macht nicht wirklich Sinn, aber ihr könnt das genauso gut von hinten lesen. Also ihr seht hier, he, h-e, w-o-n-t ist won't, a-h ist a-h, wonder ist w-a-n-d-e und das r zählt für beide Richtungen. Das heißt, ihr könnt es im Endeffekt nach vorne und nach hinten lesen, wie ihr wollt. Das ist ähnlich wie Otto und Anna, nur dass ihr Otto und Anna nur als einzelne Wörter habt. Hier habt ihr ganze Sätze als Palindrom. Also ein Palindrom ist im Endeffekt wirklich von vorne und von hinten dasselbe zu lesen. So, und was ihr jetzt macht, ist folgendes. Ihr seht vielleicht, da können Sonderzeichen wie Neuteile oder Fragezeichen oder Leerzeichen oder sowas drin sein. Die zählen nicht. Auch Groß- und Kleinschreibung. Hier dieses hi vorne ist groß geschrieben, während das e hinten natürlich klein geschrieben ist. Also rein grammatikalisch. Das zählt auch nicht. Das heißt, es geht wirklich nur um die Buchstaben und nicht um Groß- und Kleinschreibung. Und es geht natürlich auch nicht um irgendwelche Sonderzeichen. Wenn Zahlen drin vorkommen, dann zählen die allerdings rein. Also Zahlen ja, Buchstaben nur klein, beziehungsweise Groß- und Kleinschreibung ist egal. Und Sonderzeichen fallen raus. Ebenso neue Zeile oder Leerzeichen oder sonst irgendwas. So, und was ihr jetzt machen müsst, ist, ihr müsst bestimmen, ob das, was sich hinter Word versteckt, was ihr über diesen Get-Request hier bekommt, ob das eben ein Palindrom ist oder nicht. Als Antwort müsst ihr dann an Solutions, ich zeige es euch ganz kurz, an Solutions slash 15, müsst ihr die Lösung hinschicken. Nun steht hier allerdings Method Not Allowed. Das liegt daran, dass ich euch kleinen Schlingeln natürlich verbieten möchte, dass ihr das Ganze über einen Get-Request macht, weil ich natürlich genau weiß, dass dann manche Leute hier einfach den Browser benutzen und das Ganze nicht mit einer Programmiersprache lösen, was allerdings natürlich Sinn einer Coding-Challenge ist, okay? Das heißt, Get funktioniert nicht. Ihr könnt dazu den Browser nicht direkt zumindest benutzen. Ihr könnt es anders mit dem Browser auch hinkriegen, aber da müsst ihr dann auch Wissen beweisen und das ist dann für mich okay. Aber ja, ihr müsst hier quasi die Lösung an Solutions 15 hinschicken. Beschreibung hat natürlich den Link wie immer. Und zwar das Ganze auch wieder als gültiges JSON-Format. Denn ihr macht hier wie gewohnt eben dieses JSON und Token als Key, das ist ganz normal. Und dann eben hier zurück ein True oder ein False. Also ganz normales, gültiges JSON. Achtet darauf, dass das hier hinten dran einfach ein gültiger Bulscha-Wert in JSON-Format ist, okay? Ansonsten ist das quasi ganz gewöhnlich. So, wer jetzt nicht weiß, was JSON ist, wer nicht weiß, was Post und Get-Requests sind, wenn ihr einfach nur die erste Coding-Challenge macht, dann habt ihr sozusagen genau das als Übung gehabt. Und in der Lösung könnt ihr dann natürlich genau das hier finden. Das heißt, wie man im Endeffekt so einen Token hinschickt, wie man die Challenge bekommt programmatisch. Und dann könnt ihr da drauf aufbauen, dann diese Challenge angehen, wenn ihr das wollt. So, jetzt geht es natürlich noch weiter. Und zwar, wenn ihr das hingeschickt habt an den Server und der Server sagt, hey, das war die richtige Lösung, dann bekommt ihr im Normalfall einen Token zurück. Das heißt, ihr bekommt hier nicht nur Success zurück, sondern ihr bekommt TMT, also The Morpheus Tutorials, und dann in Klammern, in geschweiften Klammern, euer Token. Das hier ist natürlich nicht das aktuelle Token. Das ist das Token von Challenge Nummer 14. Und was ihr dann damit macht, ist folgendes. Ihr nehmt ab diesem Punkt, wo TMT drin steht, okay? Das nehmt ihr alles und kopiert euch das. Wenn ihr aus der Kommandozeile kopiert, dann drückt rechts, klickt und dann kopieren zum Beispiel, oder Steuerung, Shift und C zum Beispiel, sollte auch funktionieren. Und dann geht ihr in den Discord-Kanal, dort auf den Bots-Kanal, und dort werdet ihr höchstwahrscheinlich das Challenge-Interface schon finden. Ansonsten ist es auch hier in der Seite unter den Usern aufgelistet, bei dem Challenge-Interface, wo hinten dran der Bot steht, okay? Und dann könnt ihr dem einfach eine private Nachricht schicken. Ihr könnt das ganz einfach als private Nachricht hier machen. Und seht hier, ich habe schon eingegeben $CI Help, okay? Da bekommt ihr die Hilfe zu dem Challenge-Interface. Ihr könnt hier in der privaten Nachricht alles machen, Ihr könnt aber auf dem Bot-Kanal auch einiges machen, allerdings nicht alles. Ihr könnt zum Beispiel hier den Rang eingeben. Also ich zeige euch das mal ganz kurz, wie ihr eure Flagge dann abgebt, ja? Weil das ist im Endeffekt, ihr müsst die Flagge finden und dadurch könnt ihr quasi Punkte bekommen. So, es gibt mehrere Kategorien von Challenges, wie ihr vielleicht mitgekriegt habt, haben wir auch Hacking-Challenges, Coding-Challenges, Reverse-Coding-Challenges kommen noch. Machine-Lining-Challenges haben wir auch, aber da mache ich vielleicht ein paar einfachere für euch. Und Reversing-Challenges haben wir auch noch hier. So, jetzt wollen wir aber natürlich die Flagge für dieses Ding hier abgeben, für diese Challenge. Und dazu machen wir einfach $CI Flag und dann einfach hier einfügen, was eure Flagge war. So, und dann kommt theoretisch von dem Challenge-Interface zurück, dass ihr die Challenge gelöst habt. In diesem Fall wird die Challenge natürlich nicht gelöst, weil es die falsche Flagge ist, weil ich das mit Absicht so gemacht habe. Ich kann euch ja nicht die richtige Flagge zeigen, oder? Aber ja, dann habt ihr eben eine gewisse Zeit und wenn das Lösungsvideo rauskommt, dann könnt ihr diese Challenge nicht mehr lösen. Das heißt, es ist nicht möglich für euch, dass ihr alte Challenges mit den alten Flaggen noch löst, weil ich habe euch ja die Lösung dazu gegeben. Das geht natürlich nicht. Und ihr könnt keine Punkte dafür kriegen, was ihr nicht selber gelöst habt. Sprich, ihr habt jetzt ein bisschen Zeit, um hier das Ganze zu machen. Ich werde, sobald ich weiß, wann ich das Endvideo herausbringen möchte, werde ich natürlich das Ganze auch ankündigen, indem ich hier den Endzeitpunkt von der Challenge angebe. Und dann habt ihr eben Zeit bis zu diesem Tag, um die Flagge selber abzugeben. Allerdings danach eben nicht mehr. So, und was ihr jetzt damit machen könnt, ist, ihr könnt Punkte sammeln und dann landet ihr auf einem Ranking-Board. Das heißt, ihr könnt, also auf einem High-Score-Board sozusagen, das heißt, ihr könnt zum Beispiel das Ranking von allen ausgeben. Das funktioniert aber auch hier auf dem Kanal, also ganz normal auf dem Server von The Morpheus Tutorials, einfach in den Bots-Channel $CI Ranking reinschreiben, also $CI Ranking zum Beispiel, könnt ihr, da findet ihr alle Challenges, also da wird quasi aufsummiert, wie viele Punkte ihr insgesamt habt und dann habt ihr quasi euren Gesamtrang. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, hier nur einzelne Kategorien abzufragen, also $CI Ranking Coding, da habt ihr dann zum Beispiel nur die Coding Challenges und ihr seht, offensichtlich war das hier keine Challenge aus dem Coding-Bereich. Das heißt, ihr könnt hier hinten dran natürlich die Bereiche abfragen, sozusagen. Also Coding, Hacking, Reverse Coding, Machine Learning und so weiter und so fort. Und dann bekommt ihr hier den Rang zurück. Auf der anderen Seite habt ihr auch $CI MyRank, wo ihr dann euren Rang in der Rangliste findet. Also zum Beispiel, wenn jetzt hier, in meinem Fall funktioniert das jetzt gerade nicht, weil ich noch nicht eingetragen bin, dann kommt einfach eine Meldung zurück, ihr seid noch nicht drin. Aber wenn ihr zum Beispiel jetzt Punkte habt, dann könnt ihr, also hier oben habe ich sogar schon eingegeben, ich habe noch keinen Rang. Wenn ihr schon einen Rang habt, dann wird euch einfach angezeigt, dass ihr Rang so und so viel seid. Also zum Beispiel im Fall von Justo hier würde Rang 1 rauskommen, weil noch nicht wirklich Konkurrenz für ihn da ist. Weil das ja, wie gesagt, er hat mit mir das Ding zusammen sozusagen entwickelt und gehostet. Genau. Und ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.